Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Bei wichtigen menschlichen Organen denken wir meist zuerst an Gehirn, Herz oder Lunge. Aber der menschliche Organismus ist ein Zusammenspiel von viel mehr Organen. Zwei bedeutende Organe sind dabei die Leber und die Niere. Ohne Leber könnte der Körper keine lebenswichtigen Nährstoffe herstellen. Und ohne Niere müssten wir wahrscheinlich 100 Liter Wasser am Tag trinken, um zu überleben. Wie und warum das so ist, erfährst du in diesem Video, in dem wir Aufbau und Funktion von Leber und Niere näher unter die Lupe nehmen. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.